Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Far Cry 4. Wir machen dieses Mal Jagd auf ein paar Tiere, weil wir ein paar Upgrades mal herstellen wollen. Beim letzten Mal habe ich Panzernaßhörner gejagt und auch nebenbei ein Nebelpaden erledigt und ein Krokodil und ein Tigerfisch. Und heute machen wir Jagd auf Nebelpaden, und zwar explizit auf Nebelpaden. Weil ich 4x Nebelpadenfell brauche, um meine Munitionstasche zu erweitern. Und ein bisschen mehr Munition dabei zu haben, ist doch sehr, sehr angenehm. Deswegen müssen diese Viecher heute dran glauben. Hier ist das Nebelpadengebiet. Darum wird sie schon fleißig gefetzt. So. Gibt es noch mehr, weil ich brauche mehr als eine Nebelpadenhaut insgesamt. Ich sehe hier gerade nichts. Ne. Schade. Gut, aber wir können jetzt schon mal den Munitionsbeutel herstellen und das ist echt gut. Ähm. Dann brauchen wir noch ein paar Tigerfisch heute. Das heißt, wir gehen runter ins Wasser. Ja, wo wird jetzt schon wieder geschossen? Ach, hier war ich doch schon mal. Ja, ja, da oben wird geschossen, ich weiß. Wenn ich da oben bin. Ja, dann schwimmen wir einfach mal wagemutig darüber. In der Hoffnung unterwegs, nicht gefressen zu werden. Bist du ein Kroko? Du bist ein Kroko. Du bist nicht mal das, was ich haben will. Da vorne habe ich die Finne eines Tigerfisches aus dem Wasser da angesehen. Scheiße. Ja, halt die Schnauze. Ich hoffe, die Munition, die ich in diese scheiß Dachse stecke, ist es auch wert. Der zisch ab. Da drüben ist doch auch schon wieder ein Kroko. So, erledigt. Da drüben ist auch ein Tigerfisch. Ja, chill. Was wurde da denn erledigt? Sind wir gerade über den Tigerfisch drüber geschraubt oder was ist da los? Tatsache. Die haben hier gerade den Tigerfisch mitgenommen. Ist ja cool. So. herstellung heute tasche hier dann brauche ich drei jac fälle wo gibt es jax kann ich überhaupt schon jagen da da drüben gibt es jax sonst nicht gut also sind wir soweit erstmal mit jagd fertig oder ach quack ich kann ja hier in reisen und da jagen als easy stinger juhu so und dachs fälle kommen weg weil ich den dreck nicht mehr brauche ok du chillst hier auf deinem pfeiler alles klar stimmt ich habe eine größere munitions tasche so dann zünde ich mir mal wieder eine spritze rein das sind glaube ich keine jacks damit hat er nicht gerechnet das lesen ich werde ich kann hier über springen bringt nur nichts es hier unter mir eine höhle wird hier unter mir ist eine höhle dass ich da bin ich gut hat echt keinen bock der jetzt runter zu klettern tibet wolf ja bin ich nicht im jagtjagdgebiet so ist Wer hat er weht? So. Was haben wir denn da? Oh, eine große, böse Mietekatze. Ich habe leider keinen Fall und Bogen dabei. Deswegen muss ich das hier so erledigen. Boah, bist du dämlich. Du hättest hier rausgekund. Ah, aber da sind Yaks, oder? Ja. Ja. Wo sind die denn jetzt hingerannt? Da ist noch eins. So, habe ich jetzt alles, was ich brauche? Wurfgeschoss, Tasche, einmal Köderbeutel. Rot- Nein, als ob ich jetzt noch Rothundfälle brauche. Na gut, die brauche ich nicht explizit suchen. Okay, vier Bärenfälle brauche ich. Als ob ich Rothundfälle brauche. Ah, ich kriege die Krise. Gut, dann gehe ich als nächstes dahin. Oh ja, auf dem Weg da hoch. Ist ja direkt ein Bärengebiet. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Bärenfälle dafür brauche. Äh, Rothundfälle brauche. Schön arrogant, wie ich bin. Da habe ich die alle verkauft. Na gut. Rothundfälle werden mir auch nicht das letzte Mal begegnet sein. Weiß nicht, ob ich Gott sei Dank oder leider sagen soll. Tendiere gerade eher zu zweiterem. Aua. Was habe ich mich jetzt verletzt habe? Achso. Ich muss hier hin, um den Ort zu entdecken. So. The fuck. Ich liebe diese Waffe. Gib Deckung. Der Adler ist gerade abgestürzt. Wo muss ich eigentlich lang? Da. Blödes Vieh. Das sie halt auch immer so lange brauchen, bis ich die häuten kann. Das ist halt ätzend. Ah, Rothunde. Siehste? Haben wir doch die nächsten gefunden. Wie gut, dass ich drei davon brauche. Das ist doch schön. Das hat doch gerade richtig gut gepasst. So, Königsziegerfälle brauche ich als nächstes hierfür. Und da oben haben wir zwei Bären. Wie sage ich jetzt mit dem LMG um? So, was kann ich aus euch machen? Schwermunitionstasche. Was braucht die noch? Für irgendwas anderes brauchte ich auch noch Bärenfälle. Ja gut, dann lieber Schwermunitionstasche als Köderbeute. Schneeleoparden, Schneeleoparden. Ich werde den Schneeleoparden bestand hier ausrotten müssen. Hier oben kann man noch Dinge tun. Ah, eine Moneymühle. Können wir einmal wieder Bus fahren. Hoch da. Wenn du nicht gewesen wärst, ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Ja, du wärst vermutlich früher oder später drauf gegangen. Wobei, meine Hilfe muss da jetzt nicht unbedingt so viel ändern. Na gut, der hat es geschafft. Den will ich jetzt nicht in der Erde. Bin ich unten zum Lager. Komm, das versuche ich heute noch zu erledigen. Danach schneide ich mal ein bisschen Far Cry. Lass meine Spritze erstellen. Nicht, dass ich hier irgendwie von hinten auf einmal von Viechern überrascht werde. So, links sind friedliche Viecher. Fiedliche Friecher. Komm, die Spritze muss jetzt noch ein bisschen heil sein. Und dann kann ich die Gegner auch noch mal kippen. What the fuck? Blödes Vieh. Ja, da ist ein Heavy. Der könnte leider zum Problem werden. Wir bleiben. Wir bleiben. Wir bleiben. Scheiße. Easy. Einfach reinhalten. Gut, dann gucke ich mal hier nochmal in unseren Waffenschrank rein. Oh, da. Also erstmal Sachen verkaufen, ja. Dann Munition nachkaufen, genau. Kann ich hier noch etwas cooles kaufen? Oh, Haftminen. Oh, Haftgranaten, Haft C4, das klingt auch hübsch. Schützenhilfe Upgrades. Sidearms. Ah, da gibt es nichts, was ich unbedingt haben möchte. Hauptwaffen. Ja, als Hauptwaffe würde ich mir gerne ein neues Scharfschützengewehr kaufen. Aber gibt es halt auch nicht. Einzigartiges. Ah, Warrior kann mir nicht kaufen. Den würde ich gerne mitnehmen. Das Beste ist natürlich, ne, hier AMR. Ich muss hier alle Außenposten befreien. Oder? Alle oder nur ein paar? Weiß ich gar nicht. Gut. Aber wir machen dann erst beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und tschau tschau.